Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, es ist eine neue Folge, Let's play Counter-Strike Global Offensive. Mit dem Sascha. Moin. Wir starten auf Nü. Wuh. Und los geht's. Vent Rush. Hello. It's me. It's me. Vent Rush. Okay Sascha, lass. Vent Rush, Vent Rush. Okay, voll gegen die Tür gelaufen und sind Vent Rush. Vent Rush, Vent Rush. Du hast das Maid. Ich hab erst mal das Maid abgeschossen. Oh mein Gott. Ich hab Hektik. Aua. Alter, du hast mir hart den Arsch geertet. Oh. Oben, oben. Alter, fickst du sie alle weg oder was ist los? Nein. Ja fuck Sascha, helf mir mal. Ja, ich hab da selbst nur noch 20. 41. Der siehst du in der Höhe nicht rum. Ja, durch die Wand. Lutscher. Oh, was hast du geplant? Oh, treffen sollst du auch. Ja, einfach mitten im Raum. Oh, ist's. Soll das weglaufen. Ich hab die Kills gemacht, alter. No. Sorry, Professor. Ich hab die Kills gemacht. Ach, das verstehe ich dir. Siehst, Vent Rush hat doch gestoppt. Alter, ich hab 4, ey. Einen Kill hätt ich noch machen müssen, ey. Boah. Matt. Richtig matt. Habt ihr was gekauft jetzt? Ja. Natürlich. Ja. Sorry, brah. Ja, wir haben die Runde gewonnen, warum sollen wir nicht kaufen? Ah ja. Wie geht denn hier die Schüsse, Arbeiter? Ab geht die Party in die Party geht ab. Und ich sag, ey. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Eho, was geht? Der Sonne hinterher. Eho, was geht? Kannst du da oben drauf? Wut! Ach das Lieder schon drin! Hey Oh, der ist verplugling. Oh, ja. War plotling gemacht. Was? Dass ich dich da nicht getroffen hab, ist frech. Geil, nur du eh denn daheim. Ja, dafür hab ich jetzt diese Runde gar keinen Kill gemacht, Alter. Noob. Wirst du kaufen. Das hat ne Weile gedauert, bis ich da war. Ja, Noob. Warum hast du den überhaupt nicht gekauft gehabt? Das ist doch klar, wenn wir die Runde gewonnen haben, dass wir dann zumindest MPs kaufen. Quatsch. Quatsch. Natürlich. Warum gehen wir jetzt mit MPs nach draußen? Die können dritte Runde A-Ware haben. Boah, das ist doch voll Flash. Sorry, Purple. Wo ist er denn? Alter, du hast den Assist für den Kill gerade bekommen, weißt du das? Ich sag ja sorry, Purple. Da ist mir halt um die Schusslinie gelaufen, als ob ich da irgendwie... Ey, und die haben auch nen Team Kill gemacht und ich hab nen Assist für bekommen. Was war ein? Was war ein? LOL. Was war ein? Da ist eine im Ding drin. Der Letzter ist hier. Oh, Purple hasst mich wahrscheinlich jetzt schon. Dude, fucking be careful with your aim. . Zweimal. Jutscher! Oh, warte mal, ich bohde Kaffee. Ah! Okay. Okay. Bire. Fart. Ne. NIE! Oh, ich rät dafür. Ach du da, da ist ja. Leute, der hat reingeworfen. LOL! Der hat gepusht! Vorsicht, rechts, rechts, rechts! Die sind beide gepusht. LOL! Aber uns gibt halt auch niemanden Richtung. Das Geile ist, ich hab Richtung Ramp geguckt und der Typ versetzt den ersten Schuss mit seiner Schrotze voll neben mich. Und ich hab nicht mal auf ihn geachtet. Alter, der hat gerade voll die alle abgeräumt. Leck mich am Arsch. Wie geht bloß ich planten? Was hat der eigentlich für ein abgefucktes Profilbild, ey? Alter! Deine Arme! Na, ey. Ob. Der pusht. Here he comes! Das war jetzt schon sneaky-beaky, was er da macht. Bastard. Wenn nicht. Wenn nicht. Das wär so lustig, Alter. Guck da nicht mal hin. Der ist halt oben. Die Erwin. Ne, doch nicht. Das Ramp. Kommt Radio. Er hat's gehört. Nice. Gut Job. Ah, jetzt hat er mich überholt. Zigeiner. Zigeiner. Alter, 6-0 und 6-1 läuft bei euch, ey. Ich hab' Messern und ich war vorsichtig. Ich auch. Push it to the limit. Flash. Hey. Flash. What the fuck, Alter? Es ist der Winter, sorry. Da, in kommt da. Bloc mich nicht, du Penner. Woh-sa. Dings, maine. Ich hab' daneben geschlossen. Helf mir doch. Helf mir doch! Huren! Mitten drauf aufm Platz! Helf mir doch und lass mich dann sterben. Lutscher! Wie soll ich denn den Nakahmen ... Der Pistil, wenn er an dich dran ist! Meine Fresse, Tilt-Spiele sind wieder eröffnet. Ich spiel jetzt ne Runde Halo. Nebenher. Ja. Easy. Wird ja sonst zu einfach hier alles. Oh, die Doppelflash war trotzdem echt böse. Ich muss kaufen. Da ist gar nicht echt Halo gestartet. Vielleicht. Nein, aber nicht. Aber ich mach's gleich mal. Ja, jetzt warte wenigstens. Warte mal, ich hab Sound auf dem Fernseher an. Das werden wir nachher im Mikro. Das ist nicht zu geil. Oh mein Gott. Product Placement. Product Placement. Drück dich für mich, Sascha. Komm, mach mal schneller. Oh, tut mir leid. Ich bin leider oben beim Silo. Alter, wenn Orange mir noch einmal in den Weg rennt, dann schiebe ich mich ab. Da gibt's keine Gnade mehr. Da ist eine rote Box. Habe ihn. Habe ihn. Du wirst jetzt Orange, ich könnte ihn töten. Alter, der ist mir so perfekt den Weg reingepusht. Ui, Arfe Garage und Catwalk. Catwalk, Catwalk, Catwalk. Catwalk, Catwalk. Catwalk, Catwalk, Catwalk. Echt das dann? Ja. Wow. Und da muss der letzte sein. Irgendwo. Ja. Nice. Naja. War nicht so gut irgendwie. Ich hätte den ersten treffen müssen, aber Orange ist mir ins Aim gelaufen. Ich wollte nicht schon wieder einen abschießen. Sascha, bügst du dich bitte für mich diesmal? Ich will selbst Kills machen. Ja und du kannst, du gibst ihm doch Support davon, Sascha. Ja wow, krieg ich nicht mal Assists für. Aber. Aber. Gefällt dir doch auch. Richtig. Fuck. Der kommt. Ich glaube ich habe ihn. Ja. Nö, habe ich nicht. Oh, hat er mir gedrückt. Alter. Wie hier so viele Leute rumstehen, Alter. Ich töte allesamt. Ich finde es so scheiße, Alter. 2 Ausleiten. Einer direkt beim Silo. Alter, ich habe noch einen HP. Der ist tot. Blöde, der ist nicht tot. Der ist tot. Gleich habe ich nur einen Hals getötet. Ja, also ich habe ihn noch richtig gut dabei. Ich habe noch 19 HP. Lass mal A gehen. Da ballert einer durch die Main durch. Wo dahinten? Okay. Der war oben drauf, Alter. Alter, ich habe mit einem HP überlebt. Ich habe 19. Ja, aber es ist knapp an 19 oder einer? Du bist so eine Foot manchmal, ey. Typisch. Schon eine Foot manchmal, Mama. Oh, Fehler, Sascha. Ja, block mich auch aus. So, Alter. Du bist gleich weggeblockt. Ich kann dich nicht wirklich. Ich müsste nicht mehr zu spät dran. Ist egal. Passt schon. Okay. Oh. Du hast eine Arme von denen. Da kommt einer. Oh. Fuck, ich habe da nebengeschossen. Nein, nein, es gibt sie. Ja, auf jeden Fall triffst du mich. Und der hat uns beide weggeholt. Am Arsch. Ich hoffe, ihr verreckt alle in der Hölle jetzt. Learn to play. Stellt euch nicht immer eure Mates ins Willen. Ja, gut. Du bist richtig scheiße, Orange. Boah. Ist er wieder salzig. Herr Ober. Rechts. Herr Ober, rechts bitte. Und mein Handy wird die ganze Zeit. Jetzt geht mal auf den Sack, ey. Wir brauchen Salz. Weißt, was du jetzt machen? Wenn du rutsch, wenn du rutsch. Dann go for it. Ja. Wenn mich jetzt einer Block dich messen, ihn zu Tode, Alter. Warte, man muss an dir vorbeikommen, irgendwie. Der war. Nein. 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 Du bist schneller als ich. Das ist voll frech. Jo. Kriege ich noch einen Hit von 60, Alter. Was bist du? Ben. Adi. Nö. Ich habe ihn 81 gedrückt. Da sind zwei oben auf der Reling. Einer ist runtergekommen. Nö. Mai. Unsere Mates sind alle outside. Sie müssen allein auf B. Das gibt's nicht! B Guys, B B B B B. GG, Guys. Der defusing on B. Der eine könnte noch im Band schaffen. Was für Idioten, ey. Sorry. 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 15.000. Boah, Alter, 460. Ich bin richtig scheiße schon wieder. 12-3. Ich bin auch richtig scheiße gerade. Fick dich. Ich steh'n da bloß. Ich würde jetzt gern das Messer in den Rücken geraten. Warum bleibst du still? Nein. Ich guck nach hinten, okay. Du machst das vorne schon. Auf hier. Lila. Boah, ich hab Lila schon wieder abgeschossen, Alter. Was steht denn da hinten für ne Waffe? Weiß ich nicht. Mich hat ne Schrotze gepusht und dann kam ne... Molotow. Das ist noch ne Schrotze war da. Oh. Hat mich aber nicht mal getroffen. Nipps. Genauso wie du... Alter, bist du behindert im Kopf, ey. Du bist so behindert, Junge. Ich wollte dir den normalen Schuss setzen, Alter. Boah, was ein Lutscher. Alter, hab ich dir voll den Handy geklickt. Uiuiui. Selbst ein normaler Schuss hätte mich töten können. Ich hab nur noch 20. Ich lass' ich... Alles klar. Auf jeden Fall hol ich ihn weg. Ach gut. Beschwer dich doch nicht. AAAAAAAH Alter, was ist los mit dir? Ach du bist schon wieder geschaubt Soll ich dir was legen, Sascha? Nein, ich hab 16.000 Es wird scheißegal, von dir nehm ich nix Whatsapp gebattles nachher wieder so Diese Runde Bitte scroll, gib mir bitte was zum Spiel Ja, und weil ich das so sage Ja, musst du nix, sonst kriegst du nichts hier drauf Kriegst du einfach mal nen Head-Out, dann nehm ich mir deine Risse Wer war das mit dem Salz? Alter Outside, outside Nein, lauf doch nicht wieder vor mich, du Hund, alter Gut gemacht, Lauf Outside, outside, help Help, du wirst wohl einmal selbst killen können Achso, da hat noch viel abgedreht Just stop Wäre der nicht vor mich gelaufen, hätte ich den auch noch weggeholt Oh jo, toller Typ Ja, easy going, alter Ja, sehr gut Bist immer gestorben, noob Wenn mir der steht da vorhin der Smoke So richtig Nobel mäßig Das war jetzt fast leise Demi leise nennt man sowas Einmal Du bist ja Gute 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 Ich hab jetzt einen mit 16k Das sind gute Team-Mates. Die droppen ohne dass man fragen muss. Gönnen wir dich. Fuck, die sind ja alle! Das sind ja ganz schlecht. 4 Guys, 3 oder 4. Der ist natürlich auch gut. Nachladend reinrennen. Du läufst da rein, was glaubst du eigentlich? Ja, aber dass er wieder direkt auf dem Kopf drauf ist! Sascha, es gibt Leute, die aimen halt vor. Ach, halt's wohl. Komm, Lucy. War der echt Steps hinter ihm? Keine Ahnung. Oh, fuck! Nooice, noice, noice. Alright. Let's make the party starting. The faggot. Vent rasch, vent rasch. Oh, sorry Skroth, ich hab mich selbst gekauft. Echt jetzt? Ja! Richtiger Freund, Alter. Du bist ein richtiger Freund. Los, jetzt vent. Wo soll ich denn wissen, dass du mir droppst? Ihr habt doch gesagt, you faggot. Ja, da hatte ich mir schon gekauft gehabt. Wer außer dir ist hier noch ein faggot, hey? Alter, so viele Steps um mich rum. Alter, so viele Steps. Easy. Na, jetzt hat er mich überholt. Ne, Gleichstand. Aber er hat mich überholt. Alter, einer von denen hat 5 Punkte. Ihhh, das ist bitter nach 14 Runden. Naja, manche Leute haben ja auch nur 22 Punkte. Ja, und? Können ganz schön bitter nach 14 Runden. Ich hab das Doppelte einfach von dir. Fah! Du fahnt da hin! Der Fall nicht hin! Fah! Denn der war den Smoke. Warte! Wer geht denn der? Wer geht denn der? Oh leul! Die sind mir schon sehr... Sie ist gerade mit dem Monitor! Die ist voll in der Luft exaktion! Ja! Ich habs auch gesehen! Nice. Schön geschehen. Nice. Umgedreht, Headshot D-Click. Wo ist der nächste? Komm, bitches. Lass mal A gehen. Geh oben rum. Oh, okay. Äh, ich hab ihm 41 gedrückt. Catwalk? Jaja. Oh mein Gott, der andere trifft ihn nicht. Ich plant ihn einfach. Der braucht noch, bis er da ist. Er kommt Catwalk auf jeden Fall. Der hast du ja schon. Sag mich. Guter Ralf. Es geht besser. Ahhhh. 17-6, es geht besser. They cannot stop up. Kommst du mit outside? Zwei Leute outside? Ja, kommt mit outside. Komm mit, werft in der Pistole und komm mit raus. Einer, einer, einer A. Wir machen Party draußen, ist schon okay. Funke. Gut, dass du auch noch mitkommst. Ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, einer Ramp, einer A. Natürlich krieg ich die Hits! Ach komm! Oh f**k, da hat er mich. Das ist auch nicht. We're all dead. That doesn't matter. Easy, easy. 5, go, go, go. Platt und kick. And kick. Leg. 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 F**k, die haben auch noch die Bombe geplant, die ich krieg. Let's 4-spy. 4-spy?! Alter, nein! Okay, doch, komm. Sch** drauf. Swag7, Alter. Swag7. I go ramp, I have Swag7. I go ramp, I have Swag7. Natürlich. Wieder outside? Ja. Oh, sch**, sch**. Der stimmt halt nicht. Bombe down, outside. Oh lol, ich hab sogar einen SG abgesnackt. Nice. Ich hab einen mit der Swag7 getötet. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Schade. Mit der Strike 7? Okay. Ah ne, ich lach dir jetzt meine Ding dafür nicht weg, Alter. Top, 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 top. B. Der fällt nicht um! Ey, was ist denn los? Ich war genau auf... Outside, outside. Two up. Planted, planted, planted up. Ja, gut. Good game. Sorry, man. Sorry, man. Missed at you. Good job, dude. Good job, dude. He deserved it. Kill him, kill him fast! Dude, dude. We'll take it. Good job, man. Ha, 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 ha. We should... Ha, ha, ha! Alles klar. Ha, ha, ha. Lauf bei dir, ey. Oh, Gott. Heider 28. Uh, huh, 2-0-Legarde. No. Ich sagte, der Typ mit zehn, ey, wir haben gegen eine Masse gespielt. Noi. Ja, okay. Easy. Noch nicht mal einen Ubrank gekriegt. Ja, das war eine Folge gekommen, das ist Rekord-Ruboffensive. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt den Spruch. Bis die Tage. Tschüss. Schaut beim Starshow vorbei und so. Tschüss.